herzlich willkommen wir schauen uns heute mal die schlumberger aktien ja die branche hier ist wieder mal öl ja und hierzu gleich zu anfang mal so ein bisschen background was ist denn überhaupt das für ein unternehmenschlumberger und da geht einfach ganz simpel mal auf die wikipedia 100.000 mitarbeiter ist schon ordentlicher brocken ja schon ordentlicher brocken die firma 35 milliarden umsatz ja und hier ist man so nette sachen wie der unternehmensgründer stammt ursprünglich aus dem elsa ist eine uralte firma letztendlich und ja die rüsten sozusagen auch aus also die stellen sozusagen dienstleistungen für die ölförderung halt zur verfügung ja und ist jetzt endlich eine niederländische firma und ist einfach so ein bisschen vergleichbar auch wie zb damals im goldrausch ja die schaufel hersteller die schaufeln hergestellt haben ja die haben letztendlich an dem ganzen goldrausch damals das beste das meiste verdient und ungefähr vergleichbar mit dem mit dem ölrausch schlumberger wäre dann in dem sinne so eine art schaufelhersteller also jeder kennt glaube ich das beispiel mit den schaufelherstellern wir schauen uns ist gleich mal vorab die die kennzahlen an das ist nämlich einer der hauptgründe warum ich vor ein paar wochen so was eine aktie immer gekauft habe ja und mal angefangen habe hier ein bisschen zu kaufen es ist wer es im chart sehen es ist keine ja keine besonders zyklische firma chart ja also es ist so man sieht es auch hier das ziemlich abgeschmolzen der kurswert aber wir sind hier natürlich die dividende von fünf prozent vielleicht ist sie die wieder noch genau deswegen so groß kgv und eigenkapitalquote passt soweit alles wir müssten müssen sich halt einfach ja dann noch mal genau anschauen warum letztendlich die gewinne und die gewinne sollen der kurs so abgetrifftet ist in den letzten sagen so richtig ging es eigentlich los oder schauen wir uns das gleich im chart noch mal an das ist jetzt ein jahreschart da können wir noch gar nichts sehen deswegen immer mal drei jahre zurück ja am besten gerne mal fünf jahre zurück mir ist es immer lieber das ganze in so einem langfristigeren blickwinkel zu sehen und das immer passiert september 2018 das einfach aber letztendlich abgesunken ist damals ja ja so richtig der 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 die korrektur die 25 prozentige die wir hatten die ging eigentlich erst so im dezember richtig november dezember los hat sich der dem einfach nicht wieder richtig erholt aber man sieht schon hier vom chartverlauf als solches rein charttechnisch hat die ja es ist jetzt nicht besonders im vergleich zu allen anderen aktien innerhalb der letzten fünf jahre schon richtig federn gelassen ja also da gibt es ja andere aktien in der technologie branche ja die haben in der gleichen zeitraum 500 prozent gemacht ja oder noch mehr und die aktie ist definitiv also nicht sonderlich zyklisch und von daher vielleicht schon wieder interessant für ja als dividenden wert wenn man nach wenn man sozusagen fundamental hier so ein paar wie vorhin gerade also das alte der firma die rendite des kgf und dann wenn man sich die ganzen von den metalldaten eben so anschaut die ja nur bedingt glaube aber man kann sie sich mal kurz anschauen dann dann könnte man jetzt letztendlich sagen okay man man kauft das ding einfach billig ein ja zum zeitpunkt wo man nicht weiß ob vielleicht ja das vielleicht ein guter antizyklischer wert sein könnte ja und ja letztendlich mit fünf prozent dividende kann man nicht viel falsch machen ja das wäre sozusagen der einzige einzigste begründung also die ich mir sozusagen selbst gegeben habe um mir mal ein paar aktien zu kaufen und mal ein bisschen auch zu streuen letztendlich wenn man hier mal zehn jahre zurückschaut finde oder noch länger ich finde dann dann sieht man vielleicht auch ganz gut wo wir eigentlich im vergleich zum letzten 20 jahren stehen also wenn ich habe schon öfter hier mal auch aktien hier und präsentiert in einem und in einem 20 jahreszeitraum warum weil es einfach eine ganz andere aussagekraft hat bezüglich einer aktie die die schon länger gibt ja und die gibt es ja schon ultra lang und nur dieser dieser diese chartsoftware hier geht nicht weiter zurück als 20 jahre das ist der einzigste kommt warum wir nicht noch länger mehr sehen aber 20 jahre schon mal ein sehr guter zeitraum wo man sagen kann wo ist einmal wo stehen wir denn jetzt eigentlich im vergleich zu 20 jahren und wie ist es zu erwarten dass es vielleicht für die nächsten zehn oder 20 jahre weiter geht ja also mit anderen worten eine langfristige betrachtung ja das ist keine aktie die ich heute kauf ja und nächste woche wieder verkauf oder sowas ja oder nächstes jahr ja also wenn ich mich dazu entschließen sollte hier also oder ich habe ja ein zwei gekauft oder dann oder zb sparplan anzulegen also was bei solchen aktien dann dann einfach auch mit dem hintergedanken die 20 jahre durchzuhalten und auf einer 20 jahre sicht sind wir natürlich ziemlich ja wie soll ich sagen sieht man hier eindeutig könnte man theoretisch eine bodenbildung hier erwarten also das könnte jetzt wir sehen hier ganz deutlich von jahr 2000 bis 2006 hatten wir ungefähr mehr oder weniger 25 euro bis 35 euro also ungefähr den jetzigen preis dollar sorry es könnte theoretisch jetzt fünf jahre lang da diesen preis oder diese range könnte theoretisch weitergehen ja also wissen wie gesagt wissen so reine dividendenwerte ja wo man sich letztendlich um den den preis weniger sorgen machen sollte oder oder darf na es ist einfach eine firma wo man sagt okay ich geht es nicht davon aus dass die irgendwie von der erdbote verschwindet ja die gibt seit was ich wie viele hundert jahren ja und die dividende auch und mir ist es letztendlich egal was der chart sozusagen momentan sagt wie hoch der preis ist also das ist so eine typische wirklich langfristige geschichte wenn wenn man sich dazu entscheiden sollte hier ein bisschen was zu investieren oder sagen wir mal einen spartplan anzusetzen mit 50 euro im monat für die nächsten zehn jahre oder irgendwie sowas ja also ich würde nicht so also es ist auf jeden fall nichts ihr merkt wahrscheinlich schon wo ich super begeistert bin ja also wo ich quasi so so kleine luftsprünge machen ja definitiv ist es kein wert aber es ist halt so ich sagen vielleicht ein alternativ aktie ja wenn man sich jetzt nicht sicher ist also wenn man jetzt zum beispiel nur zum beispiel zu der zu der gruppe gehören sollte die davon überzeugt ist dass es jetzt dann irgendwann größere korrekturen gibt und rezessionen oder oder vielleicht irgendwelche ja rücksetzer größere in den technologiewerten oder was weiß ich ja dann ist es halt so ein kleiner gegenpol eventuell also ich bin nicht zu 100 prozent davon überzeugt von dieser aktie ich habe mir mal wie gesagt ein zwei stücke oder so ins portfolio liegt ursprünglich bin ich auf diesen wert gekommen ich glaube ich habe es irgendwo aufgeschnappt bei marcus koch ja und von daher ansonsten ich kannte die auch gar nicht bis vor ein paar monaten und aber ich fand es dann hat ein bisschen gelesen wie alt diese firma sind was die machen und es ist halt ich immer sagen für einen wert der einfach gewisses eine gewisse krisenresistenz wahrscheinlich auch hat ja ja gut also man könnte hier noch nur noch argumentieren dass auch bei den korrekturphasen wo wir hatten ja dass die letztendlich auch sehr stark gelitten hat ja hier bei der finanzkrise 2008 und bei unserer korrektur im dezember 2018 ja das würde dann wieder gegen die aktie eigentlich sprechen aber da ist ja auch alles andere auch runtergegangen also von daher ja ein bisschen mit gemischten gefühlen wenn jetzt wirklich mehr über die schlumberger aktie wisst oder was auch immer könnte mir gerne was in die kommentare reinhauen und dann verabschieden wieder bis zum nächsten mal ciao und